Carrie ist eine betrunkene Frau, die in Schwierigkeiten mit Sentinel geraten ist. Sie stellt sich schon eine Weile gegen sie, aber jetzt schlagen sie zurück. Ohne Hilfe ist es recht wahrscheinlich, dass sie stirbt. Und damit herzlich willkommen zur Nebenmission Öko-Krieger. Und darf ich euch ganz herzlich vorstellen, die neuen KI-Kameraden und mein neues Antlitz. Wir haben hier Vasily, der da rumspaziert. Hier haben wir die gute Fury und da den lieben Fixit. Ja, ich habe es endlich getan. Ich habe die Kameraden und auch mich aktualisiert. Ist ja zwar doch nicht so ganz alles zusammenpassend, wie ich mir das so vorgestellt hatte, aber wir können auf jeden Fall auf den ersten Blick erkennen, wer wer ist. Gut, so, wo ist die Dame? 300 Meter in diese Richtung. Alles klar, die Carrie. Sollen wir die beschützen oder mit ihr sprechen? In einem Leuchtturm, also da vorne. Alles klar. Da haben wir schon Feindkontakt. So, da räumen wir das Feld mal hier von hinten auf. Die machen wir es am besten. Feuer auf mein Kommando. Ich verschaffe dir ein Überblick. Mein Ziel markieren. Ach, shit. Feuer auf mein Kommando. Ich bringe mich in Stellung. Jetzt weiß ich nicht, ob der da oben, ob der getriggert hat. Mein Ziel markieren. Bewege mich zum Ziel. Ah, siehst du, der war nämlich nicht getriggert. Alles klar. So. Okay. Drei, zwei, eins. Solide Arbeit. Gut. Fehlen aber noch ein paar. Himmel, was? Ja. Seit wann haben die denn so eine gute Reaktion? Ja, komm. Da ist ja noch vorbeigehuscht. Natürlich bleibt das anstehen, wenn ich mal ein bisschen vorhalte. Team, zu mir. Rück zu meiner Position vor. Vorsicht, wir sind nicht allein. Alles sauber hier. Gut, das waren die. Sehr gut. Wir haben Gesellschaft. Vorsicht. Schon wieder Gesellschaft? Vorsicht, die halten nach uns aus. Wer ruft denn da? Wollen wir jetzt in den Leuchtturm gehen? Schauen wir doch mal. Pass auf, wir sind Feindeinheiten in der Nähe. Aha. So. Gut. Einfach mal aus der Hüfte geschossen. Ja, diesem Leuchtturm, das ist ja schön und gut, aber wie komme ich da hin? Achso, die kommt runter. Okay. Hallo, Carrie, komm mal ins Licht. Ich seh dich nicht. Die kommt nicht. Okay. Sie kommt nicht. Dann... Ja, komm, 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 komm. Hey, 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 bleib stehen. Carrie? Wer will das wissen? Ich bin Nomad. Dein Nachbar hat mich gebeten, dir zu helfen. Er sagt, du hast den Soldaten das Leben schwer gemacht. Und ich würde es weder tun. Der Strand gehört ihnen nicht. Ihre Operation hat dem Riff und den Tieren hier geschadet. Na, ich bezweifle, dass die wiederkommen. Ist eine Weile her, dass ich den Strand so friedlich gesehen habe. Die Scharfschützen haben es ein wenig kompliziert gemacht, aber die Botschaft kam wohl an. Mein Dad hat mir diesen Kompass gegeben. Er ist das Wertvollste, das ich besitze. Ich will, dass du ihn bekommst. Danke, aber das kann ich nicht annehmen. Schon okay, nimm ihn. Um nie zu vergessen, was hier passiert ist. Wenn du dich verirrst, zeigt er dir den Weg nach Hause. So ging's mir zumindest. Was hast du vor? Ich mache weiter. So läuft das bei uns. Aufzugeben liegt uns nicht im Blut. Ich merk schon. Versuch dein Temperament im Zaum zu halten. Pass gut auf dich auf. Das war's schon. Ich bin überrascht. Ich bin schockiert. Ich hätte gedacht, da kommt noch was. Aber gut, dann eben nicht. Dann bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Yeehaw.